Guten Tag! Jürgen Buja am Apparat Willkommen zur ersten Öffnung des ersten Türchens des Bujanschen Adventskalenders. Wie schon langbreit in Funk und Fernsehen angekündigt wurde, ist die Öffnung des ersten Türchens die Bekanntgabe der Gewinner des allumfassend beliebt, bejaht und von allen Bujanenten mit Verlocken und Hingabe wahrgenommenen Gewinnspiels, welches Jürgen Buja, Direktor Buja, mögliche Titel hier einfügen, großartig bekannt gegeben hat. Nun denn, hier auf diesem Infoblatt sind etwaige Details zum Gewinnspiel angemerkt. Hier können Sie das Ganze nochmal etwas genauer lesen, jedoch ist jegliche Information die sich auf diesem Zettel befindet, trivial ist, deswegen wird er mal hinfortgeworfen. Nun kommen wir zur Auslosung der ersten beiden Teilnehmer. Es gibt leider nur zwei Gewinner, da es nur zwei Teilnehmer gibt, da alle anderen Bujanenten anscheinend höchstgradig der Inkompetenz verfallen sind, was weitreiche Konsequenzen mit sich ziehen wird. Und Jürgen Buja wird sich dazu noch äußern. Ich möchte aber sagen, dass es nicht gut um sie steht, wenn sie nicht einer der beiden hier aufgefassten Gewinner sind. Nun denn, zum ersten Platz, welcher sich unter diesen Türchen befindet. Hier, ästhetisch dargestellt, wirklich, wirklich glamourös hat sich das unser Direktor Buja einfallen lassen. Das ist der erste Platz. Wenn sie so aussehen, haben sie gewonnen. Nun, zum ersten Preis. Ein Multifunktionsprodukt. Nun möchte ich etwas über die Anwendung erklären. Das Multifunktionsprodukt wird angewendet, um Schläfrigkeit, Benommenheit und ein extrem entzündbares Aerosol herzustellen. Außerdem ist im Behälter ein enormer Druck vorhanden, was das Bersten des Behälters ermöglicht. Ein anderer Anwendungsbereich. Außerdem ist ein Kennzeichnungsetikett angebracht. Weiterer Pluspunkt. Wenn sie so aussehen, haben sie dieses Multifunktionsprodukt gewonnen. Außerdem Spezialbenzin mit praktischen Trageringen aus Silikon. Hier weitere Beispiele zur Anwendung, die werde ich Ihnen nicht weiter vorlesen. Gefahrenhinweise, Sicherheitshinweise, alles trivial. Das kann man sich denken bei einem solchen Produkt. Die ist nicht weiter anzumerken. Hier. Nein. Nun denn. Erster Platz. Zweiter Platz. Trommelwirbel bitte. Wenn sie so aussehen, haben sie den zweiten Platz gewonnen. Wenn sie nicht einer dieser beiden Personen sind, haben sie ein ernsthaftes Problem. Der zweite Platz. Er hält Dostoyevsky, der Idiot. Auf Wiedersehen, treue Bujanenten.